Sag mal. Uwe. Okay, das ist mega unangenehm. Aber davor hören wir eure Audios an. Uwe. Warum habe ich dieses Format erfunden? Uwe. Ich verstehe den Sinn meines Lebens nicht mehr. Aber ich bin nicht gut in den Scheiß, aber... Uwe. Was mache ich hier? Uwe. Wer bin ich eigentlich? Uwe. Holy shit. Ich kann das nicht mehr. Jetzt gerade habe ich auf einem neuen Kanal ein Video hochgeladen, wo ich euch sage, wie viel ich mit YouTube Shorts verdient habe. Schaut alle mal vorbei. Uwe.